sehr schön ich glaube ja genau belohnung so c-personal das haben wir doch schon gemacht oder irre ich mich ich habe keine worte dafür eigentlich will ich für das hier da kommen wir machen hier alles die pläu währenddessen gönne ich mir einen schluck aus meinem efrischungsgetränk und ich drücke start ja die log wie geht es dir so ach so einfach auch schluss mit markierten werfen ballern hm ok was mich jetzt interessiert ist wir sollen wahrscheinlich eine panzer einheit besiegen aber ich würde ja gerne ein paar sachen mitnehmen ich würde gerne ein paar sachen mitnehmen so müsste ich möchte ich doch gucken fulten gerät was hier brauchen wir noch ein paar level auf ok dann nehmen wir das doch nicht mit das ist so das ist der so so Analyse complete. Analyse complete. Ah, die Leute sind... Mäh. Na gut. Hehehehe. Oh, oh, der guckt. Für mich der Hund hilft gerade nicht viel. Nice. Was wurde aufgetauscht? Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Analyse complete. Wie viel aushält, ey. Gut, könnte auch am Raketenwerfer liegen, dass es so schlecht ist. Aber der Raketenwerfer ist echt nicht gut, irgendwie. Aber beide qualmen schon. Wahrscheinlich brauchen wir alle 7 Raketen. Ach, weißt du was. Dabei. So, aber gleich schläfst du schon ein. Erledigt? Bist du denn kompliziert? Ne, ne? Warte, 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 warte. Neben Operation. Das müsste ja dann schon Haken haben. Ne, ist das kein Haken. Ist das Ding jetzt kaputt? Wir befragen wie die Typen mal. Ah, hier wäre noch so ein Ding gewesen. Das wäre... Ist ja einfach... For the fun. Ich würde sagen... Ah, ich sehe nichts durch den Baum. Durch den Baum. Alter, der Baum ist echt blöd positioniert. Aber okay. Oh, Spaß. Ich muss jetzt nichts machen. Der stirbt schon. Wird wieder nicht. Entschebe ich nicht. Juste. ZO-1. Das ist der KB. Ne, vor der Aufschluss. Das ist ein Team. Das ist mein Team. Entschebe ich. Sie sind KDP-1. Der Typ, ey. Moment. Die Typen blinken so komisch. Also, das heißt, ich soll die auch erledigen. Okay. Alter Vater. Ich will mal was probieren. Ist das Ding weg? Wo ist das Ding? Egal. Das würde ich doch hören. Jetzt haben wir sogar zwei neue frei. Machen wir direkt mal. Und das ist nicht wieder möglich. Na gut. Was ich immer gucken würde, ist Ressourcen, die irgendwie zu Dingern sind. Zum Beispiel Haie pflanzen. Ich weiß ja nicht, wofür die gut sind. Und hier steht er und hier steht P. Ich glaube, der Rest ist unwichtig, oder? Machen wir einfach mal alle. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt klug mache, oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt klug mache, oder nicht. Die Maske wurde aufgeteilt. Moment. Haben wir hier noch was? Vor allem, warum sind die rot? Heißt, ich glaube, wir werden jetzt angriffen von diesen Basen aus. Oh. Ich werde mich langsam aber sicher verpissern. Okay, die sehen mich nicht. Kann man hier noch was machen? Was mich hier interessieren würde, ist, ist es, da ist dieses Ding da. Der Teleport, äh, dieser Teleportort, den brauchen wir eigentlich. Das heißt, das nehmen wir doch mit, außerdem. Kann ja wegmachen, ne? Okay. Oh. So, ich bin hier. Oh, scharf. Ach so, wir sind in der Suche. Wir haben nichtsøn im Motiviert. 见, fahren wir. Nimm ich beheb. LKP, ich understand. Asana, du kannst. Jetzt stürm, wir wütternen. Wir haben nicht Oi. In dieser Reihe. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. 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 Zo-i. Ich glaube, da kommt die Verstärkung. Die sind nicht so schlecht. So, das war Absicht. Ich hatte die B-Werte. Der ist scheiße. Heißt der hier. So, da ist sein Freund umgekippt. Weißt du was? D-Dog. Ach komm, ich habe dir auf den Kopf geschossen. So, das will ich haben. Okay, das war's. So, alles an. Ich lade nach. Wobei, ich glaube, ich brauche die doch nicht. So, wir wollen ja nicht problembereiten, ne? Wobei, der hat keine Information, also. So, was man hier noch machen könnte, ist auch hier nochmal die Dinger zerstören. Aber ich weiß ja nicht so recht. Ich weiß ja nicht so recht. Wir können ja auch kurz, nur kurz gucken. So, das ist das Ding. Du, du. Ich bin weg. Ich gehe mal hier rein, weil ich glaube, hier war irgendwo mal ein Jammern. Aber ich weiß ja nicht, weil ich mich irre war, der hier unten drin. Okay. Okay. ich würde sagen wir düsen ab ach das ist jetzt kein natürlich das was sie beim fahrt abgelehnt das war einfach nur ausprobe okay das geht nicht versuch das wäre was wert okay nein nicht okay geht anscheinend nicht naja naja dann ist verpissen angesagt neben ist so gucken oh oh das ist ein neuer gebiet ok dann gucken wir wahrscheinlich eher nach neben mission ich weiß nicht ob wir jetzt schon nach nach darüber wollen da habe ich mir echt zu viel zeit gelassen mann oh mann ey weißt du was einfach mal als geschenk aber wir haben keine kugel mehr naja können wir denn einfach mal so noch ein paar schüsse aufsetzen oh ich habe ihn getroffen das nicht auch nicht ah den habe ich erwischt ich glaube sogar ins knie ach es macht mir manchmal spaß ein bisschen bescheuert zu sein ah der benutzt nicht das ding aber wie genau die schießen ey komm erwische ich den kann ich da rakete ausweichen ja kann ich alter fahrer boah das hat mich voll erwischt das war krass aber gut aber gut ich habe fair und ehrlich verloren falls fair und ehrlich heißt dass ich alleine bin mit einem hund und die haben eine volle base mit mörsern und sonst was dann war es tatsächlich fair so die frage die ich mir jetzt stelle ist soll sie wirklich schon die hauptmission machen und wurde nicht na gut okay ich glaube wir machen jetzt mal die hauptmission die nächste aber weil ich von 150.000 oder ich glaube ich rechne 0 da ne doch 150.000 gmp dann auf jeden fall vielleicht gehen wir aber auch kurz zur mother base zurück weil ich finde wir sollten doch aber wir müssen eh immer ein bisschen abchecken was da los ist und b komm wir gehen gleich hier hin und b irgendwas wollte ich noch sagen ach ja wir müssen uns duschen vergesse ich immer der sieht schon übel aus hallo didi sowas gut ah scheiße das kann ich jetzt nicht zeigen so blick in die ferne sieht schon cool aus oder aber wenn man bei den nebeln nicht wirklich viel erkennt das ist glaube ich die hauptzentrale oder die hauptkommando rücke so wo ich irgendwas mache ich glaube wir gucken mal kurz nach quiet die musik im hintergrund kann ich mal ruhig werden ich habe auch den ganzen tag hier nur rum ey ohne ist ja auch egal so ist hier eigentlich jetzt okay das schau ding ist hier nein gut aber ich glaube es ist ein bisschen neu starten ne den will ich nicht fürchte wir müssen echt wieder den helikopter rufen oder na ist doch blöd na gut anrufschrauber treffen hoch was ist jetzt los katzin das katzin 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 ok das katzin katzin hope katzin 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 mines j�s w Hey, Blades. Wait a minute, that thing cost a lot of money. She can see each individual blade, and her depth perception. You want in? This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Right. I like working solo anyway. Hmm. Ich hätt sie gern mitgenommen. Ich hätt sie gern mitgenommen. Aber ich glaub, das bleibt uns noch für ein paar Missionen verwehrt. Das ist ziemlich schade. Ich hätt sie gern mitgenommen. So, um wir BASG ist der Fall. Vielen Dank.